Hallo liebe Sternenfreunde, die Horoskope für den September sind online. Venus, Mars und Lilith zeigen stürmische Zeiten in der Liebe an. Aber auch unser beruflicher Ehrgeiz wird angestachelt. Wer sein Herz verschenkt und wer ganz auf die Karriere setzt, das und mehr erfahrt ihr in meinen Horoskop-Videos. In meiner Verlosung gibt es diesmal ein Sternzeichen-Kollier zu gewinnen. Ich freue mich über euren Besuch auf meinem YouTube-Kanal.